Musik Eine Hirtenlegende von Max Bollinger Es war einmal ein Hirte, der lebte auf dem Felde in der Nähe Bethlehems. Er war groß und stark, aber er hinkte und konnte nur an Krücken gehen. Darum saß er meistens mürrisch am Feuer und sah zu, dass es nicht ausging. Die anderen fürchteten ihn ein wenig. Als den Hirten in der heiligen Nacht ein Engel erschien und die frohe Botschaft verkündete, da wandte er sich ab. Und als er sich aufmacht, um das Kind zu finden, so wie es ihnen der Engel gesagt hatte, blieb er allein am Feuer zurück. Er schaute ihnen nach und sah, wie das Licht ihrer Lampen kleiner wurde und immer kleiner und sich in der Dunkelheit verlor. Ja, lauft, nur lauft, was wird schon sein? Ein Spuk, ein Traum! Die Schafe rührten sich nicht. Er hörte nur Stille. Er stocherte mit einer Krücke in der Glut. Er vergaß sogar frisches Holz nachzulegen. Und wenn es kein Spuk, kein Traum wäre, wenn es Engel gab? Er raffte sich auf, nahm die Krücken unter die Arme und humpelte davon, den Spuren der anderen nach. Als er endlich zum Stall kam, dämmerte bereits der Morgen. Der Wind schlug die Tür auf und zu. Ein Duft von fremden Gewürzen hing in der Luft. Der Lehmboden war von den vielen Füßen plattgetreten. Er hatte den Ort gefunden. Doch wo war das Kind? Der Heiland der Welt? Christus, der Herr in der Stadt Davids? Er lachte. Es gibt keine Engel. Schadenfroh wollte er umkehren. Da entdeckte er die kleine Kuhle, wo das Kind gelegen hatte. Er sah das Näschen im Stroh. Und da wusste er nicht, wie ihm geschah. Er kauerte vor der leeren Krippe nieder. Was machte es aus, dass das Kind ihm nicht zulächelte? Dass er den Gesang der Enkel nicht hörte? Dass er den Glanz Marias nicht bewunderte? Was machte es aus, dass er nun nicht mit den anderen in Bethlehem durch die Straßen zog und von dem Wunder erzählte? Was ihm widerfahren war, konnte er nicht mit Worten beschreiben. Staunend ging er davon. Er wollte das Feuer wieder anzünden, bevor die anderen Hirten zurückkamen. Doch als er eine Weile gegangen war, merkte er, dass er seine Krücken bei der Krippe vergessen hatte. Er wollte umkehren. Ja, aber warum denn? Erzögernd ging er weiter. Es war ein Wunder geschehen. Und dann immer mit festeren Schritten. Erzögernd ging er mit ihm. Doch damit ist nossa ps bodyguard. Erzögernd ging er bei mit ihm. So dass er ist.